Heute starten wir mit der coolsten Gesundheitsoffensive, die jedem Einzelnen von euch garantiert nützen wird. Wir nennen diese Offensive My Lifestyler. My Lifestyler ist echt der Wahnsinn, weil erstens My Lifestyler auf dich deine derzeitigen Nöte und Probleme ausgerichtet werden kann. Zweitens, My Lifestyler wird mit jedem einzelnen Tipp dir helfen, dein aktuelles Energieniveau zu verbessern. Völlig egal, ob du einen der Tipps dauerhaft täglich nutzt oder nur ein paar Mal. Völlig egal, ob du mit deiner Energie ganz unten bist oder schon ziemlich weit oben. Und drittens, cool ist dabei auch, dass du entscheiden kannst, wann und wie du da einsteigst. Egal, ob ganz am Anfang, irgendwo dazwischen, du wirst profitieren. Das ist ganz wichtig. Die Höhe der Lebensenergie entscheidet, wie gesund wir sind. Und wer mitmacht, der wird gesünder. Versprochen ist versprochen. So, und zu guter Letzt, es kostet nichts. Meine Bitte, ladet dazu eure Freunde ein, weil jetzt geht es tatsächlich um Lebensenergie.